Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Viele haben es sich gewünscht und natürlich mache ich auch dieses Jahr zur Galaxy's 24 Reihe wieder ein Tipps und Tricks Video. Aktuell dreht sich ja eigentlich fast alles um die neuen Galaxy AI Funktionen und deshalb habe auch ich mich dazu entschieden im ersten Blog dieses Videos hier euch meine persönlichen Top AI Funktionen zu zeigen und einfach dazu ein paar Tipps und Tricks abzugeben. Da sollte tatsächlich auch für die alteingesessenen Samsung Fans von euch, die dieses Video Format hier schon häufiger gesehen haben, einiges Neues mit dabei sein und in der zweiten Hälfte oder im zweiten Blog dieses Videos geht es dann einfach um die klassischen Tipps und Tricks, die sich natürlich in erster Linie an Neueinsteiger richten, die noch nie ein Samsung Galaxy Smartphone hatten. Schaut euch einfach die Timestamps an, dann könnt ihr einfach auswählen, welcher Tipp für euch relevant ist und welcher ja vielleicht auch nicht. Und an die schon angesprochenen Neueinsteiger hier gerne der Hinweis, falls ihr vielleicht auch noch nie ein Video von mir gesehen habt, abonniert gerne meinen Kanal, ich mache sowas häufiger, dann verpasst ihr da auf jeden Fall nichts. Jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Wie ihr gleich sehen werdet, kann die Galaxy AI wirklich schon einiges, aber sie hat es noch nicht geschafft, dass mir eine dritte oder eine vierte Hand gewachsen ist. Deshalb muss ich euch auch dieses Jahr diese Tipps auf einem Smartphone hier zeigen, obwohl im Titel natürlich alle drei drinstehen. Ich habe es aber ausprobiert und sofern ich es nicht anders dazu sage, funktionieren wirklich alle Tipps und Tricks, die ich euch jetzt in den nächsten Minuten zeige, auf allen drei Smartphones, also nicht nur hier auf dem Ultra, sondern auch auf dem S24 und S24 Plus. So, wir starten jetzt tatsächlich mit dem Feature, um das meiner Meinung nach so wirklich der größte Hype erzeugt wurde, teilweise ja auch schon im Vorfeld. Es geht um das Thema Live-Translate-Funktion beim Telefonieren, also dass ihr quasi mit jemandem telefoniert, der eine andere Sprache spricht, als ihr etwa, ihr sprecht allerdings in eurer Muttersprache und das Ganze wird dann live von der AI übersetzt. Ist ab Werk tatsächlich, also bei mir war es aktiviert, aber ich habe jetzt schon von einigen gehört, dass es nicht aktiviert war, deshalb zeige ich euch jetzt erstmal, wie man das Ganze aktiviert und wie man es vor allem auch so ein bisschen einstellen kann. Dafür gehen wir in die Telefon-App, hier unter Tastatur zum Beispiel, haben dann oben diese drei Punkte, das sind die Einstellungen, die rufen wir hier dann auch mal auf und dann haben wir hier tatsächlich auch schon die Funktion Live-Übersetzung, klicken da einmal drauf, das Ganze kann man hier dann einfach aktivieren und dann kann ich jetzt hier diverse Dinge einstellen, zum Beispiel in welcher Sprache ich spreche. Man kann zwischen verschiedenen Stimmen auswählen, man kann aber auch auswählen, dass eure Stimme oder die von eurem Gesprächspartner gemutet wird, dann hört ihr quasi nur noch die Stimme der AI, kann jeder für sich selbst entscheiden, was er da besser findet oder auch nicht und ihr könnt natürlich auch einstellen, in welcher Sprache euer Gegenüber vermutlich sprechen wird. Da gibt es diverse zur Auswahl, ich glaube aktuell sind es 14 verschiedene, Standardmäßig ist hier nur Englisch runtergeladen, den Rest kann man sich hier jetzt aber auch einfach dann hinzufügen und runterladen sind so 500 MB und dann findet das Ganze hier tatsächlich alles lokal statt. Also da brauche ich auch keine Internetanbindung dafür, das ist wirklich eine klasse Sache und man kann ja noch so viel mehr einstellen. Ihr seht es ja, das waren aber jetzt so meiner Meinung nach die wichtigsten Dinge, die man am Anfang einstellen sollte und jetzt werde ich euch noch zeigen, wie das Ganze dann quasi läuft, wenn man tatsächlich die AI beim Telefonieren dazuschalten möchte. Dafür wählt ihr einfach ganz normal eine Nummer, hier sieht jetzt noch alles ganz cool aus und dann habt ihr hier schon den Punkt Anrufassistenz, da einfach einmal draufklicken, dann könnt ihr auswählen, ob Textanruf oder Live-Übersetzung, also man kann das Ganze, hat ja glaube ich jeder schon gesehen, auch textbasiert machen. Wir wählen hier aber jetzt mal Live-Übersetzung und ja, dann kann ich hier auch nochmal einstellen, in welcher Sprache die andere Person so spricht, in welcher Sprache ich spreche. Wie das Ganze dann aussehen wird, habt ihr ja alles tatsächlich schon gesehen bei den ganzen Demos von Samsung, aber so kann man das Ganze dann tatsächlich live auch starten. Wie gut das Ganze funktioniert, dazu mehr dann in meinem Review. Weiter geht es mit der Dolmetscher-Funktion, auch die wurde ja beim Launch ziemlich heftig von Samsung beworben, vor allem auch immer mit diesem Szenario, dass man irgendwo im Ausland ist, die Sprache nicht spricht, man ist in einem Taxi, möchte zum Beispiel dem Taxifahrer einfach sagen, wo man hin möchte oder in einem Hotel und so weiter. Also alles ganz nützlich. Ich zeige euch jetzt, wie ihr das Ganze so benutzen könnt. Am einfachsten ist es wirklich so, ihr ruft hier einfach einmal die Benachrichtigungsleiste auf beziehungsweise das Control Center wischt hier einfach einmal rüber und dann ist hier dieser Dolmetscher tatsächlich schon da oben zu finden. So sieht das Ganze standardmäßig aus. Ihr könnt aber auch einfach die Suchfunktion nutzen. Dann wird der hier jetzt auch schon gestartet. Dann kann ich zwischen zwei Sprachen auswählen, also hier zum Beispiel Deutsch und Spanisch. Aber wie gesagt, auch alle anderen Sprachen, die ich euch ja eben schon gezeigt habe, kann man hier dann ganz einfach auswählen. Ja, und dann habe ich hier tatsächlich auch noch die Möglichkeit, dass das, was hier quasi übersetzt wird, gespiegelt wird oder andersrum angezeigt wird, dass mein Gegenüber das vielleicht auch besser ablesen kann. Und dann kann ich hier jetzt ja einfach mal starten. Hallo, ich möchte gerne ein Zimmer für zwei Nächte reservieren. Und da stellt sich mir die Frage, gibt es auch Frühstück dazu, vielleicht ja auch Abendessen? Wie sieht das so aus? Ja, ihr habt es jetzt gesehen. Das Ganze natürlich, wie gesagt, zur Qualität dann mehr in meinem Review. Aber es funktioniert hier wirklich alles relativ schnell. Und man kann sich zumindest einigermaßen miteinander verständigen. Ich sage, wenn man die Sprache wirklich überhaupt nicht spricht, ist das auf jeden Fall besser als nichts. Und wenn ich hier einfach einmal auf diese Taste drücke, dann wird das Ganze eben auch meinem Gegenüber etwas besser präsentiert. Auch super easy zu benutzen, wie ich finde. Wirklich gut integriert. Man muss halt nur wissen, wo und wie. Weiter geht es mit der Transkriptionsfunktion, beziehungsweise der Diktierfunktion, denn auch da kann die Galaxy AI einiges. Ich habe hier jetzt 34 Sekunden Sprachnachricht quasi aufgenommen, habe da ein bisschen was erzählt. Was genau, das werdet ihr gleich sehen. Ich könnte das hier jetzt natürlich auch alles abspielen und so weiter. Das ist wirklich meine Stimme. Keine Ahnung, ob man das hier jetzt hört. Aber ich kann ja natürlich auch einfach einmal draufklicken und dann hier auf Transkribieren Sprache auswählen. Sprache ist natürlich hier Deutsch, beziehungsweise ich könnte auch eine andere auswählen, aber nur damit ihr einfach mal so ein Gefühl bekommt, wie schnell das Ganze hier tatsächlich geht. Ja, und jetzt wurde hier das, was ich gesprochen habe, quasi schon in schriftlicher Form umgewandelt. Ist okay, ich sage halt so mit Zeichensetzungen und so weiter, Satzabständen ist das Ganze etwas schwer, aber trotzdem, ich finde es schon beeindruckend, wie schnell das jetzt funktioniert hat. Aber das ist noch nicht alles. Ich kann mir das jetzt tatsächlich auch zusammenfassen, schauen wir mal, was hier jetzt bei so rauskommt. Ihr seht das, das ist hier jetzt wirklich alles in Realtime, also das geht alles sehr schnell. Naja, Vorstellung der Funktion des Samsung Galaxy S24, ja, das stimmt schon mal. Ja, also gedreht habe ich das Video noch nicht und ich lade es jetzt auch noch nicht hoch. Also da wurde jetzt schon so ein bisschen was dazu erfunden, aber trotzdem, wie gesagt, ich habe das ja auch bei Samsung auf dem Launch-Event gesehen, je nachdem, was man da so rein spricht, es ist auf jeden Fall besser als nichts. Und ich finde es schon beeindruckend, wie zum Beispiel oder wie zumindest der Themenbezug auf jeden Fall immer da ist. Also egal, was man da so erzählt. Und es geht wirklich super schnell und ist auch wirklich einfach zu bedienen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das dem einen oder anderen helfen könnte. Weiter geht es in der Notizen-App und ich habe mir hier jetzt einfach mal aus dem Internet einen schönen Text hier rausgezogen. Es geht da um Ibuprofen, was es den einen oder anderen interessiert. Das ist jetzt auch völlig nebensächlich, aber man braucht halt, um das zu demonstrieren, einen etwas längeren Text. Ich habe das hier quasi alles eingebaut. Man könnte aber natürlich auch einfach selber irgendwie was schreiben. Und dann sehen wir hier unten schon wieder unser Galaxy AI-Symbol unter den ganzen anderen Funktionen, die es auch gibt. Aber wir brauchen ja natürlich diese Sterne. Klicken da einfach einmal drauf, hätten dann die Möglichkeit, das Ganze zum Beispiel automatisch zu formatieren. Überschriften und Aufzählungszeichen oder so eine Art Besprechungsnotizen. Ich kann mir das Ganze übersetzen lassen. Ich kann es mir aber auch wieder korrigieren lassen. Also wenn ich da jetzt irgendwas oder wenn da irgendwas falsch getippt wäre, da gehe ich jetzt mal hier nicht von aus. Aber ich kann es mir auch zusammenfassen lassen. Machen wir hier jetzt auch wieder. Ihr seht schon, das geht wirklich hier alles sehr, sehr schnell. Und da kann ich jetzt sagen, hier die Zusammenfassung. Wurde schon einiges gekürzt, aber es ist trotzdem ganz gut. Also ich habe vor allem das Gefühl, vor allem bei so eher wissenschaftlicher Text ist das nicht, aber bei eher Text mit sehr viel Inhalt, ja, macht die AI das tatsächlich auch ganz gut. Und das funktioniert hier wirklich alles super schnell. Man kann hier noch deutlich mehr machen in der Notizen-App. Zum Beispiel auch das Handgeschriebene mit dem S-Band, sich in normale Schrift umwandeln lassen. Ich glaube, das ging vorher teilweise auch schon. Aber das ist hier für mich tatsächlich so die beeindruckendste Funktion, die auch wirklich super schnell und easy funktioniert. Weiter geht's mit Circle to Search. Eine weitere Funktion, die Samsung ja wirklich heftigst beworben hat, die auch wirklich super gut integriert ist und sehr easy umzusetzen ist. Ihr sucht euch einfach ein Bild oder ihr schaut euch ein Video an, eine Serie auf Netflix. Ihr findet da irgendwas, was euch interessiert. Zum Beispiel ein paar Schuhe. Das kann aber jetzt auch irgendwie ein anderes Bild sein. Ihr seid irgendwo in der Stadt unterwegs, fotografiert irgendeine bekannte Kirche. Ihr wisst nicht mehr, was das genau ist. Wollt euch darüber jetzt informieren, dann geht das hier wirklich super easy. Also ich zeige euch das jetzt mal anhand dieser paar Schuhe, dieser Sneaker. Dann kommt es natürlich darauf an, hat man die Gestensteuerung aktiviert, dazu gleich noch mehr, oder die Onscreen-Tasten. Ich habe jetzt die Gestensteuerung aktiviert. Bei den Onscreen-Tasten wäre es einfach die Home-Taste, auf die man länger draufdrücken muss. Hier jetzt bei der Gestensteuerung einfach einmal etwas länger auf diesen Balken hier draufdrücken. Dann wird Circle to Search hier auch schon aktiviert. Dann suche ich mir das aus, was eben erkannt werden soll, wo ich mehr Informationen dazu möchte. Ziehe da einfach einmal den Kreis drumherum. Das geht mit dem S-Pen noch besser. Aber ich möchte euch hier ja eben zeigen, dass es auch ohne den S-Pen geht. Und dann über die Google-Suche, das ist ja in Zusammenarbeit mit Google, werden mir hier dann Ergebnisse angezeigt. Und das ist in dem Fall alles tatsächlich genau richtig. Super easy, sehr gut integriert. Ich weiß, da sagen jetzt viele, das gibt es ja so schon länger. Aber ich finde tatsächlich, so easy und gut integriert, hat das tatsächlich noch keiner hinbekommen. Das ist schon auf jeden Fall eine coole Sache. Weiter geht es jetzt mit den, meiner Meinung nach, besten Galaxy-AI-Funktionen in Sachen Bildbearbeitung. Da gibt es nämlich auch einiges. Und auf diesem Bild hier oder bei diesem Bild hier kann man das wirklich, wirklich gut zeigen. Schaut es euch mal an. Ist eine ganz normale Aufnahme, aber sie ist halt ziemlich schief. Und ich hoffe, das kommt jetzt auch über die Kamera rüber. Ist ja ein bekanntes Problem. Mir passiert das jetzt persönlich tatsächlich eher selten. Ich denke mir dann immer, tritt das wirklich so häufig auf. Aber wenn ich mich dann zum Beispiel mit meinen Eltern unterhalte, dann fällt mir auf, ja doch, das passiert schon tatsächlich öfter. So, was kann ich hier jetzt mit der Galaxy-AI machen? Ihr könnt das natürlich auch alles im Portrait-Mode machen. Ich zeige es euch jetzt aber im Landscape-Mode. Also einfach hier einmal auf das Stiftsymbol draufklicken. Dann haben wir hier schon wieder unsere Galaxy-AI-Taste. Das Ganze wird analysiert. Das dauert normalerweise einen kleinen Ticken länger, aber ich habe das jetzt natürlich schon Demo-halber mal mir vorher angeschaut. Und jetzt kann ich das Bild hier eben einfach tatsächlich drehen, so wie ich es haben möchte. Oder ich klicke hier einfach einmal auf Auto. Und dann finde ich, wurde das von der AI schon ganz gut erkannt. Wir klicken hier einfach einmal auf Erstellen. Das kann dann mitunter schon etwas länger dauern, wobei diese Funktion hier etwas schneller geht als die, die ich euch jetzt gleich noch zeigen werde. Aber wie gesagt, das dauert hier schon gerne mal so 5, 10, 20 Sekunden. Und dann wurde das Bild hier tatsächlich begradigt. Und ja, wie viel da gemacht wurde, seht ihr jetzt eben, wenn man quasi hier auf Originalanzeigen klickt. Das ist schon wirklich einiges. Und die Galaxy-AI hat dann eben einfach alles, was ich da noch an zusätzlichen Pixeln bräuchte, um das zu begradigen. Also alles außenrum mit dazugerechnet. Das ist so die eigentliche Neuheit und das ist schon echt ziemlich beeindruckend und cool gemacht. Das geht natürlich alles auch noch deutlich weiter. Man kann zum Beispiel bei Bildern dann einfach rauszoomen, wenn man sagt, ey, ich war da jetzt zu nah dran. Also das ist schon wirklich eine sehr coole Funktion, die auch wirklich in den meisten Fällen ganz gut funktioniert, würde ich jetzt mal behaupten. Die nächste Funktion ist so nicht unbedingt neu. Google zum Beispiel macht das ja ganz ähnlich auch schon etwas länger. Aber ich finde, Samsung hat das wirklich sehr gut implementiert und auch umgesetzt. Wir haben hier wieder ein Bild und da muss ich jetzt dazu sagen, das geht mit Objekten, das geht aber vor allem auch mit Menschen sehr gut, dass man quasi einfach Objekte ausschneiden kann, wegradieren kann, umpositionieren kann, vergrößern, verkleinern kann oder da teilweise auch Dinge hinzufügen kann. Da hat Samsung wirklich ganz lustige Präsentationen, wo man sich immer so die Frage stellt, wie oft braucht man das denn dann wirklich? Aber ich möchte euch hier jetzt eben zeigen, dass das Prinzip auch mit Objekten ganz gut funktionieren kann. Wir klicken hier wieder auf Bild bearbeiten, dann auf unser Galaxy AI Symbol und mir geht es hier jetzt tatsächlich um den Kirchenturm, den fokussieren, also da tippe ich dann einfach etwas länger drauf, er wird hier erkannt und ich kann das Ganze dann hier schon zum Beispiel mal umpositionieren, könnte es zum Beispiel auch größer und kleiner, machen wir jetzt mal etwas kleiner, positionieren den hier links und klicken dann einfach einmal auf Erstellen. Das dauert dann meistens tatsächlich etwas länger, also das kann bis zu einer halben Minute dauern, was ich so gesehen habe, es kann auch schneller gehen. Ich zeige es euch jetzt einfach mal, wir überspringen das. Und dann seht ihr, wurde der Turm hier umpositioniert, er ist hier jetzt tatsächlich weg und das, was man dann quasi an zusätzlichen Pixeln bräuchte oder was, also den Hintergrund, das hat die AI dann einfach hier dazugepackt. Das Einzige, nur dieses kleine Kreuzsymbol hier, das ist hier tatsächlich nach wie vor zu sehen. Das ist öfter mal so der Fall, also dass das nicht wirklich ohne, also komplett ohne Rückstände funktioniert, aber teilweise funktioniert es auch ganz gut. Also wenn wir das hier jetzt mal mit dem Original vergleichen, dann ist das schon wirklich ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Man kann hier dann natürlich auch versuchen, sich den Turm hier komplett rausrechnen zu lassen, ist eine ganz ähnliche Nummer und dann seht ihr, ist er eben komplett weg, bis auf dieses kleine, kleine Symbol hier, was man jetzt wahrscheinlich in der Kamera gar nicht sieht, aber in echt würde man es sehen. Ja, wie gesagt, das hat auf jeden Fall Potenzial, in manchen Situationen funktioniert das wirklich sehr, sehr gut und ich finde vor allem gut, wie intuitiv Samsung das Ganze umgesetzt hat. Das finde ich hier tatsächlich auch besser als etwa bei Google und generell kann man sagen, je länger diese Bearbeitung dauert, desto höher, desto wahrscheinlicher ist es halt einfach, dass hier quasi auch dann das Internet zum Einsatz kommt und das Ganze eben nicht lokal stattfindet, wie zum Beispiel diese Übersetzungen, also dieses ganze Bild bearbeiten, was ich euch jetzt gezeigt habe, das wird dann natürlich in der Samsung Cloud erledigt. Die letzte Galaxy AI Funktion, die ich euch zeigen möchte, finde ich persönlich fast so am beeindruckendsten. Das hier ist jetzt ein ganz normales Video, das ich in 4K mit 30 Frames per Second aufgenommen habe. Jetzt kommt mir aber vielleicht irgendwann mal die Idee, ich würde da jetzt gerne eine Slowmotion draus machen von irgendeinem der vorbeifahrenden Autos hier oder vielleicht auch von dem Bus und wie gesagt, das wäre ja bis vor kurzem noch unmöglich gewesen, weil dafür einfach die Bilder fehlen, weil es sind ja nur 30 Frames per Second und jetzt nicht zum Beispiel 180 oder 240 oder noch viel mehr. Was kann jetzt die Galaxy AI? Wir lassen das hier einfach einmal laufen. Ich tippe hier drauf und dann seht ihr, wird das Ganze hier live einfach verlangsamt und dann zum Beispiel aus dem Macan, der eben schon vorbeigefahren ist oder hier auch aus dem Bus wird dann tatsächlich oder jetzt aus dem Auto hier einfach eine Slowmotion gemacht und das finde ich schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Jetzt hier auch vor allem bei Lowlight Video und ich kann euch sagen, das funktioniert tatsächlich schon sehr, sehr gut und das ist für mich persönlich, ich habe es jetzt schon gesagt, fast die beeindruckendste dieser ganzen Bildbearbeitungs-AI-Funktionen. Wie gesagt, es gibt noch deutlich mehr AI-Funktionen, Galaxy AI-Funktionen, das waren hier jetzt nur meine Favoriten, ein paar Tipps und Tricks dazu und zum Schluss dieses Parts möchte ich noch ganz wichtig sagen, weil das auch viele interessiert hat, generell, wo kann man sich dann einen Überblick verschaffen, was ist alles aktiviert, was gibt es überhaupt und wie kann ich das Ganze vielleicht auch wieder deaktivieren. Das ist tatsächlich super easy, dafür gehen wir in die Einstellungen, scrollen hier einfach einmal runter, bis zum Punkt erweiterte Funktionen, haben hier dann ganz oben schon moderne KI-Funktionen und dann seht ihr hier einfach erstmal eine Auflistung, was es alles gibt, man kann zum Beispiel auswählen, dass die Daten nur auf dem Gerät verarbeitet werden, manches funktioniert dann halt auch einfach nicht mehr beziehungsweise nicht so gut, aber ich sage jetzt zum Beispiel, ey, ja, ich möchte jetzt zum Beispiel die ganzen Bildbearbeitungsfunktionen oder den Fotoeditor, aber ich brauche zum Beispiel diese Funktionen im Telefon mit der Live-Übersetzung nicht, kann ich hier dann einfach deaktivieren. Genauso auch andersrum, wenn ich sage, ey, dieser Fotoeditor, das funktioniert hier alles in der Samsung Cloud, das möchte ich nicht, dann kann man auch das deaktivieren und eben andere dieser Funktionen wieder problemlos nutzen. Also das ist hier tatsächlich ganz gut gemacht, ganz gut zusammengefasst, ja, man muss nur wissen wo, aber das wisst ihr ja jetzt. So, jetzt kommen wir zu den normalen Tipps und Tricks, die meiner Meinung nach aber nicht weniger praktisch sind. Ich habe mich da jetzt auf das beschränkt, was die letzten Jahre tatsächlich immer unglaublich gut ankam. Es gibt aber noch viel mehr, wenn ihr euch dafür interessiert, dann checkt, wie gesagt, einfach mein Video vom letzten Jahr aus. Das kann ich ja auch mal in die Videobeschreibung packen oder vielleicht ja jetzt auch hier einblenden. So, Frage Nummer 1, die mich tatsächlich immer sehr, sehr häufig erreicht, ja, wie schalte ich denn mein Samsung Galaxy Smartphone aus? Es gibt hier diesen Power-Button, den kann man ja einfach mal länger drücken, so wie früher, aber was passiert dann? Dann wird Bixby gestartet, Samsungs Sprachassistent. Es gibt hier jetzt verschiedene Möglichkeiten, das Smartphone natürlich trotzdem auszuschalten. Meiner Meinung nach die schnellste und einfachste. Ihr sucht euch hier die Laser-Taste und den Power-Button, klickt die einfach etwas länger zusammen und dann kommt ihr hier wieder in dieses klassische Menü, wo man neu starten kann, ausschalten kann, den Notruf rufen kann und so weiter. Das geht hier auch ohne diese Tastenkombination, wenn wir einfach einmal in die Benachrichtigungsleiste gehen, die aufklappen, dann haben wir hier oben auch dieses Ausschaltsymbol, dann kommen wir wieder zum gleichen Menü und wenn ich Bixby hier komplett weglegen möchte von dieser Power-Taste, dann klicken wir in diesem Menü einfach einmal auf Einstellungen für die Funktionstaste, da kann man zum Beispiel auch auswählen, dass einfach eine x-beliebige App gestartet wird, aber wir wollen ja jetzt wieder unser Ausschaltenmenü zurück, was passieren soll, wenn man das Ganze drückt und hält, einfach hier einmal umswitchen, dann jetzt die Power-Taste länger drücken und dann kommt ihr hier wieder zu eurem Ausschaltenmenü. Finde ich super praktisch, ist aber wie gesagt etwas versteckt und wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Genauso wie den Tipp bei diesem riesigen Display, egal ob jetzt beim Ultra oder beim Plus und teilweise ist es auch beim normalen S24 sehr praktisch, wo man sich die Frage stellt, gibt es nicht eine Möglichkeit, diese Benachrichtigungsleiste beziehungsweise das Control Center schneller aufzuklappen, dass ich nicht umgreifen muss mit nur einer Hand. Ja, das gibt es. Sucht euch hier einfach einen freien Bereich, einfach einmal von oben nach unten wischen und dann kommt die Benachrichtigungsleiste beziehungsweise das Control Center auch schon runter. Das finde ich hier tatsächlich auch ziemlich praktisch. Genauso wie die nächste Funktion, dafür müssen wir jetzt allerdings einmal in die Einstellungen gehen, dann hier zum Punkt Anzeige und wie sicherlich viele von euch wissen, haben sowohl das Galaxy S24 als auch das Galaxy S24 Ultra eine erhöhte Bildschirmauflösung, also hier tatsächlich WQHD Plus mit 3.120x1.440, die ist allerdings ab Werk nicht aktiviert. Möchtet ihr das machen, geht ihr wie gesagt in die Einstellungen, Anzeige, Bildschirmauflösung, könnt dann hier auswählen, das ist tatsächlich so eine Sache, die jetzt eben nur beim Galaxy S24 Plus und beim Ultra funktioniert, weil wir beim S24 natürlich die höhere Auflösung nicht haben. Die könnt ihr hier dann aber aktivieren und je nachdem, wie gut eure Augen sind, wie anspruchsvoll ihr bei sowas seid, seht ihr hier tatsächlich auch einen Unterschied. Ja, eine Frage, die sicherlich jetzt auch schon wieder in den Kommentaren von dem einen oder anderen gestellt wurde, weil die kommt immer wieder, wie hast du es geschafft, diese Onscreen-Tasten hier auszublenden, weil standardmäßig sieht euer Samsung-Smartphone anders aus, wenn ihr das zum ersten Mal einrichtet und benutzt. Ich habe hier jetzt allerdings die Gestensteuerung aktiviert. Ihr seht schon, ich kann hier einfach einmal hin- und herwischen, Apps starten, das Ganze schließen. Ich kann in die Einstellungen gehen und hier über diese Gestik quasi einfach einmal zurückwischen. Ich kann hier das Multitasking-Menü starten. Ist super praktisch. Ich persönlich möchte darauf nicht mehr verzichten. Das ist ab Werk bei Samsung Galaxy die Smartphone-Smartphone-Smartphone-Smartphone-Smartphone-Smartphone-Smartphone-Smartphone. Das kann man aber ganz einfach ändern. Wir gehen wieder in die Einstellungen, wieder zum Punkt Anzeige, scrollen hier ein bisschen runter bis zum Punkt Navigationsleiste, tippen da einfach einmal drauf und wie gesagt, standardmäßig sieht das dann bei eurem Samsung Galaxy-Smartphone so aus. Schaltflächen ist aktiviert, ihr wollt aber die Gestensteuerung, sonst würdet ihr euch das Ganze hier nicht anschauen und dann aktiviert ihr hier einfach die Streichgesten Und dann läuft das Ganze auch schon super praktisch und super easy. Genauso wie die nächste Funktion, da geht es jetzt wieder um unsere Benachrichtigungsleiste beziehungsweise das Control Center, wurde ja mit der One UI 6 auch etwas überarbeitet. Das kann man sich aber auch personalisieren, aber so viele sehe ich immer wieder, die das nicht machen oder da zurückscheuen, wobei das wirklich so easy ist. Also wir klappen das Ganze einmal aus, haben dann hier oben unser Stiftsymbol, tippen da einfach einmal drauf, können dann auswählen, ob wir nur die Top-Apps hier oben verändern wollen. Da kann ich hier zum Beispiel ganz einfach eine rauslöschen und dann eine andere hier hinzufügen. Ja, und nach diesem Prinzip, also man kann auch wieder alles zurücksetzen, nach diesem Prinzip funktioniert es natürlich auch ganz einfach hier unten. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Tipp, nämlich Dolby Atmos. Das ist eine super geniale Funktion, die meiner Meinung nach den Klang der Lautsprecher, der internen Lautsprecher oder auch wenn man Musik hören möchte, tatsächlich aufwertet. Und die Galaxy S24 Reihe unterstützt das Ganze. Ab weg ist das aber nicht aktiviert und man findet es ab weg auch nicht hier in der Benachrichtigungsleiste. Aber wenn man, also das ist so zumindest meiner Meinung nach der schnellste Weg, wenn man die eben überarbeitet, dann hat man hier alles Mögliche, was man eben hinzufügen kann. So eine Suchfunktion, die wäre hier meiner Meinung nach ganz praktisch. Aber dann in der dritten Reihe ist hier Dolby Atmos. Das nehme ich mir einfach einmal etwas länger drauf tippen und dann hier nach oben ziehen. Ich klicke auf OK. Ich gehe nochmal zurück und schaue hier nochmal in meine Benachrichtigungsleiste. Jetzt ist Dolby Atmos mit dabei. Ich kann das Ganze aktivieren. Da gibt es sogar noch deutlich mehr Möglichkeiten und Unterscheidungen. Da könnt ihr einfach mal so ein bisschen mit rumspielen, was euch da quasi gefällt, nicht gefällt, ob ihr das braucht und so weiter. Aber ja, so könnt ihr das Ganze dann eben ganz easy dazu schalten und bei Bedarf auch einfach wieder ausschalten. Das ist super praktisch. Und wie gesagt, hier oben in der Benachrichtigungsleiste oder im Control Center, man kann noch so viel mehr einstellen, ob die Helligkeitsleiste direkt in der ersten Stufe schon mit angezeigt werden soll oder nicht. Und ihr habt es ja eben gesehen, noch so viel mehr spielt da einfach mal ein bisschen rum. Das ist wirklich super praktisch. So, zwei Tipps habe ich noch für euch. Der eine beschäftigt sich mit der Kamera-App. Kam letztes Jahr auch sehr gut an, deshalb zeige ich das hier jetzt auch nochmal. Da geht es um das Thema schnell Videos aufnehmen. Und man kann hier natürlich einfach einmal rüberwischen, dann hier auf die Aufnahmetaste drücken. Aber für den einen oder anderen oder für die eine oder andere Situation ist das vielleicht schon ein Klick zu viel. Es geht auch nochmal deutlich schneller. Hier haben wir unseren Auslöser eigentlich für die Bilder. Aber wenn wir den einfach etwas länger tippen, dann wird hier schon ein Video gestartet. Wenn ich hier einmal hoch- oder runterwische, wird dann gleichzeitig auch das Ganze gelockt und eben ein Video aufgenommen. Super praktisch, wissen viele allerdings nicht und kann schon die eine oder andere wichtige Millisekunde sparen. Das Gleiche gilt dann auch für die Serienbildaufnahme. Also wie mache ich mehrere Bilder hintereinander? Meiner Meinung nach am einfachsten. Hier bitte die Leiser-Taste. Da einfach die gedrückt halten und dann seht ihr hier schon, werden mehrere Bilder aufgenommen. Oder aber, das könnt ihr auch machen, schnell hier nach unten wischen zum Beispiel. So, und dann werden, also über den Auslöser, dann werden hier auch mehrere Bilder zusammen aufgenommen. Seht ihr jetzt schon 50 gleiche Bilder oder mehr oder weniger gleiche Bilder habe ich jetzt aufgenommen. Super easy, man muss nur eben wissen, wie. Und last but not least, der Klassiker. Wie kann man den Screenshot aufnehmen? Ja, ihr werdet es nicht glauben, aber ich sehe das ja in meinen YouTube Analytics. Da wird tatsächlich ganz, ganz selten weggeklickt oder ausgeschaltet. Also das interessiert immer noch viele und viele wissen es offensichtlich immer noch nicht. Bei Samsung gibt es meiner Meinung nach zwei ganz einfache Möglichkeiten. Entweder sucht ihr euch den Power-Button und die Leiser-Taste klickt die einfach einmal dieses Mal wirklich kurz zusammen. Und dann wird hier schon ein Screenshot aufgenommen. Man kann ihn auch bearbeiten. Wird hier auch oben nochmal in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Oder ihr nehmt euch hier euer Display und wischt hier einfach einmal von links nach rechts oder von rechts nach links über den Rand drüber mit eurem Handballen. Ihr habt es schon gesehen. Dann wurde hier auch wieder ein Screenshot aufgenommen und ich kann den bearbeiten. Es gibt noch so viel mehr Möglichkeiten bei Samsung. Aber das sind meiner Meinung nach tatsächlich so die schnellsten und einfachsten. Und ja, das war es auch schon von dem diesjährigen Tipps und Tricks Video zur Galaxy S24 Reihe. Wie gesagt, die ist ja natürlich mit starkem Fokus auf die AI-Funktion. Aber ich glaube, das hat auch viele von euch interessiert. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, Neueinsteiger seid und noch mehr sehen wollt, dann schaut euch unbedingt meine Videos vom letzten Jahr an zur S23 Reihe. Vielleicht auch zur S22 Reihe. Da kamen jedes Jahr neue Funktionen dazu. Vieles wiederholt sich aber auch. Aber ja, wie gesagt, ich wollte dieses Video hier jetzt nicht 40, 50 Minuten lang machen. Das ist eh schon lang genug geworden. Aber ja, so bekommt ihr hier auf jeden Fall auch noch einiges mit. Und ja, könnt eben hoffentlich viel Spaß mit eurem neuen Galaxy S24, S24 Plus oder S24 Ultra haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.